Okay, willkommen auf YouTube Leute, zurück bei Megaman, juhu. Wir sind gerade gestorben, glaube ich, ja. Nein, das zählt jetzt nicht hier. So, wir sind gerade, es ist schon lange her, als wir gestorben. Das ist, wir haben Pause gemacht. Übrigens, ich möchte nochmal kurz erwähnen, das haben wir auch gerade schon im Chat erwähnt. Die Kamera ist heute wegen, weil ich gerade bei mir, ich bin bei mir und zum Esszimmer und die Wände sind ein bisschen, nicht weiß, sondern so leicht orange. Und, äh, dir das Licht dazu. Wir sehen vielleicht ultrafertig aus, sind wir aber nicht. Ähm, das ist wirklich nur die Kamera. Ja, ich bin durch und spring nochmal zurück. Super, ey, das ist sinnvoll. Was tut mehr weh, der Strahl oder die Dinger unten? So, tut sich nicht, ne? Wie was tut sie? Oh, das könnte noch ein langer Spiele werden. Komm, Moment. Also, süß. Na ja, es ist nur 9 Stunden und 12 Minuten. Oh, was ist das? also immerhin kann ich diese stage immer noch also das ist halt unfair das ist ja genau und guck ja ja jetzt habe ich halt natürlich nicht durch nicht ich habe zwar nicht du musst es gerade weil ich vorher gestorben bin ich bin dieser stage noch nicht gestorben möchte ich gerade merken also schon vorher eben 15 mal aber jetzt gerade hier bin ich mache ich habe einen durchlauf halt was kam hier noch mal scheiße doch 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 hier kam was ja ich das problem ist ich kann das mit dem ja weg mehr was ist denn los ist halt übertrieben es ist der dritte teil der dritte mega metal ich sehe ich sehe schon ich sehe schon das bikes ich wollte jetzt nicht weiß ich habe ich nicht habe ich nicht weil er hier wahrscheinlich jetzt habe ich die kontrolle verloren ja ja genau rutscht nicht nein das ist mega mit drei hier ja ich lese über den chat ist die nächste nachricht und antwortet man darauf dass es passiert mir das ist gerade voll zum lachen gebracht jetzt hat klebrige jetzt machen wir mal richtig jetzt hat klebrige ja speichern dankeschön ich finde das angenehm also angenehmer als das davor fach 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 kann ich das irgendwie wieder ja das war ja nicht unfair nein das war auch nicht unfair ich gebe zu ich kann dieses spiel nicht ohne selbst gespielen ist obwohl ob ich es kann ist eine andere sache aber dafür habe ich nicht genervt es liegt jetzt nicht daran von wegen was nebenher ob man jetzt ein spiel draus macht aber ich bin einfach ich habe gar nicht die nerven hat das grüne grün ist nicht ein fall ich finde es besser als ich habe wieder nicht drauf geguckt wann ich geschafft habe ich glaube 35 das ist denn da kann ich auch ja auf jeden fall ja genau das ich kann die erst super spät töten das ist das problem ist ich muss jetzt aufpassen irgendwie ja legt doch noch mehr ich habe ich habe ich habe also die die gemerkt echt die reale ich schummel doch nicht ich habe keine ahnung was jetzt hier bei ich glaube schule können schädling ja genau warum schießt ich bin aber nicht gestorben ja ich wollte ich wollte nur sagen ja mann ja mann ja mann ist nummer fünf also mega mann fünf da kommt noch mehr mann vier zwischen den nächsten mann ist der nächste mann ist magnet man das hätte ich eigentlich wissen müssen und danach kommt der harte mann magnet man in der stage waren wir also in alle stages die jetzt kommen da waren wir tatsächlich auch noch nicht drin ich müsste mich theoretisch daran erinnern weil eigentlich ich habe sämtliche das place gesehen zu den mega mann aber das ist halt unglaublich her okay wir haben schon mal mal genehmigt nein der magneten endstage haben wir mal genehmigt das war ein absichtlicher tod weil ich ja nur ein leben hatte du willst sterben oder deine ehre kann das nicht zu lassen die frage ist wie lange so jetzt warten wir hier sogar mit also ich sage ja mal komm 5 aber oder doch ich meine 56 kann sogar auch sein also das ist so das lächerlichste movement das letzte lächerlichste movement was ich werde gern so ein boss dankeschön aber ich hatte gehofft ich habe mich verarschen ich kann halt nicht gut leiden mit dem scheiß control stick und umdrehen auch nicht ist nicht so mein ding alles gut ein zubat das war jetzt dumm ich hätte mich eindeutig nicht auf so wir sind wir sind wir sind wieder soweit wir sind wieder soweit ich nehme an das ist ein 5 km mit einem mega mann let's play scheiß drauf ist es sein rettern na gut ist okay ich brauche noch bonbons ja jetzt habe ich nur ein kleines problem also das problem ist sogar gar nicht mehr so unklein oder kann ich von hier aus schießen gut gut gelöst ich befürchte aber ich werde heute keine eier mehr hätten nein 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 ich glaube nicht dass ich heute noch ein weiteres ei hatchen werde so jetzt muss ich mir das mal eben überlegen fuck you rush oh my god ok da hin da hin da hin nein da hin boah die kommen so random dass ich also die kommen nicht random aber die kommen so be ok 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 amount Könnt ihr euch das anhören Es muss auch eine andere Möglichkeit geben Speichern also die musik nervt mich nicht mich nervt dieses Wohin muss ich denn Ach so ja sicher genau das ding da hinten findet auch noch Ja das ist wahrscheinlich ein Magnet das ist ein Spude ja Alter Ich glaube da muss ich nicht entspringen Ah ja okay jetzt habe ich es aber Ich glaube ich trinke gleich freiwillig Ich muss mal kurz mein Headset ablegen ich kann mir das nicht geben Obwohl ne ich muss den Sound eigentlich hören damit ich weiß wann das kommt Ich bin gesprungen Ich bin Wisse ich springe um eine Millisekunde zu spät Jetzt Gute Entscheidung Ich bin das zu rush Ich weiß nicht ob ich den richtigen war schon habe Ja das scheint der richtige sind Ja genau Du fahr Du trägst höhle Was Was Ich 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 rasch das ist marine rasch mein leben hat irgendwie gerade keinen sinn mehr habe ich das gefühl ich bin schon lange nicht mehr gestorben und dann hätte ich das jetzt nicht sagen sollen weil gekommen hat so ein schöner abwand das eigentlich ziemlich attraktiv einfach rüber sprechen ja ich bin noch nicht in die nächsten eigentlich könnte ich da unten auch noch was aber das natürlich viel besser ich spreche jetzt jemand nicht weil ich nicht gut leben habe ja ich will nicht welche die sein sollte wahrscheinlich spark hier wo das setzt sich die setzt sich ab 36 ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung wie lange wir an diesem part dran sind keine ahnung aber hartmann ist der nächste auf jeden fall der harte man den wir wahrscheinlich mit magneten fertig machen danach kommt wahrscheinlich den needle man den wir mit hartmann fertig vermutlich dann haben wir noch zehn minuten eventuell und ich sag mir was erinnert mich gerade an rockman die fischer kenne ist eigentlich überhaupt noch jemand im stream da mittlerweile alle 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 ach so natürlich das hätte mir auch jemand sagen können oder so das fände ich übrigens ist eine ziemlich unfaire stelle weil nur nur wenn du rasch noch voll hast oder auch scheiße habe ich jetzt nicht gedacht was ich bin ich da oben bin daran habe ich gerade herzhaft nicht gedacht gerade meine whatsapp chronik warum weil du auch solche bilder hast wie ich wie sie es eben gezeigt habe was bist du denn affen hallo ach okay ich wollte einfach nur mal warten gucken was passiert ja hol dir deine banane woanders war das jetzt bräuchert oder nicht was das ist nicht mehr jetzt nicht mehr wenn da war dann und meis nur noch so wenige wach ich will ja ist noch zu viel 10 scheiße scheiß drecks affe zum glück haben brauchen die nur drei schüsse hallo jetzt noch einer wartet ich habe meinen energietank der uns den wir wahrscheinlich gleich einfach verschwenden werden jetzt beispielsweise ja 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 ich spreche ja eh dankeschön ja ich befürchte auch jetzt fürchte ich auch ich möchte wesentlich mehr leben ein speicher nicht so genau war red mir wahrscheinlich ich schieße glaube ich magneten einfach nur wenn ich mich täusche wenn ich aber die sind so magnetisch hat da nicht gesagt ich habe ich überhaupt nicht geachtet ja okay darauf habe ich tatsächlich überhaupt nicht geachtet es läuft seit der guten zeit besser oder deswegen ist sicher dass ich keine muni hatte weil ich glaube ich habe einfach ja ich hatte keine muni mehr warum kriegt er mich sogar in der luft so gut keinen sinn man kann den auch ausweichen aber das ist nicht unbedingt leicht und das ist doch lächerlich was ist das das war dumm ich hätte einfach mal nicht laden sollen die fresse können ja mein spiel spielen nicht nicht laden nicht laden nicht lang ja ich wollte ja eigentlich nicht laden damit ich wieder voll das leben habe weil ohne voll das leben ist denn halt auch scheiße wo das zeitig natürlich war nicht so schlafen was tust du da was versuchst du da so tun sagen wir es mal lieber so so ich gerne mal kurz absichtlich ja das ist das ich sterbe kurz absichtlich wir möchte absichtlich sterben ich finde das dämlich dass man also ich nehme jetzt einfach mal an dass niemand geguckt war nicht aufgenommen ich behaupte ein paar das vorbei ich glaube der wäre nämlich mit 56 wir machen mal einen kurzen karten